Oh, hallo und willkommen zu unserem nächtlichen, spaßbringenden Spiel Geistergalerie Roulette. Also die Regeln sind ganz einfach. Du kannst das Haus nicht verlassen, bis du den Geist vernichtet hast, der jeden Augenblick hier auftauchen wird und die Absicht hat, dich zu vernichten. Also häng dich an alle deine neuen Katzen neben, denn du wirst sie brauchen. Und jetzt ein herzliches Willkommen unserem nächtlichen Geistergast, der unsichtbaren Katze. Naja, es ist nicht so viel von ihm zu sehen, weil er unsichtbar ist und so weiter. Selber, Knochenschädel. Er ist manchmal etwas grobschlechtig. Jetzt, wo wir uns bekannt gemacht haben, wollen wir tanzen? Was für ein Zufall. Ich wollte gerade Essen bestellen. Nicht so hastig, meine mausigen Freunde. Danke für das Sandwich, Jungs. Hast du das gesehen? Ich auch nicht. Hey, Kumpel, kannst du uns helfen? Wie wär's mit einer hilfreichen Hand? Vielleicht kann sie dir ja auch irgendwann einen Gefallen tun. Und wie kannst du es wagen, dich zwischen einem Mann und einem Sandwich zu stellen? Du bittest ja förmlich um eine Bestrafung. Viel Glück bei Versteckenspielen gegen mich, mein Freund. Im Versteckenspielen bin ich immer der Beste. Ah, mein Geist! Tja, freut mich, dich hier zu treffen. Buh! Yes! Wie kannst du es wagen, mich mit Essen zu stören? Psst! Bring ihn zum Niesen. Wenn du ihn nicht sehen kannst, kannst du ihn wenigstens hören. Zu! 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 Verflucht seist du! Zu! Da siehst du, was du davon hast. Hey, hey, kein Tauti! Ihr zwei bleibt hier drin. Ich werde mir ein schönes Dressing zusammenmixen. Und komm nicht auf dumme Ideen, während ich weg bin. Ah, sofort aufhören! Ich hab dir gesagt, bleib brav! Soßen flacht! Igitt! Ich durchschaue deine schmutzigen Tricks. Aber niemand zieht mir den Teppich unter den Füßen weg. Ha, 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 ha! Nur damit es klar ist. Achtung, ich bin immer noch hier. Ruf! Gut pariert! Naja, wenn er eine Waffe benutzt, siehst du wenigstens, wo er ist. Für einen Totenkopf bist du wirklich clever. Mit meinen Krallen kann ich sowieso viel größeren Schaden anrichten. Hier, damit du im Bilde bist, sterblicher! Na, wo ist dein Skelettkumpel jetzt, Mietekatze? Ha, ha, ha! Wie wär's mit einer Reise rund um die Welt? Ah, schon wieder reingelegt. Zeit für eine schnelle Dusche. Ah, erhit das Privatsphäre, bitte! Zurück zum Anormalen! Und etwas mehr Unsichtbarkeits-Spaß! Puh, ich wurde eingewickelt! Mumifiziert von zwei lustigen Mäusen! Dafür werdet ihr bezahlen! Du schon wieder! Und eingewickelt! Ich hasse Essen und Laufen! Also laufe ich zuerst und esse dann später! Ha, 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 ha! Oh nein! Die Wirkung meiner Formel hat nachgelassen! Schnell ins Labor für etwas Nachschub! Was hast du vor? Du bist nicht in der Lage, im Dunkeln zu sehen, Kater! Oh, aber er auch nicht! Jetzt kapier ich! Genial! Schon wieder einer deiner schmutzigen Tricks! Ich kann noch eure Augen sehen! Entdecke noch mehr coole Videos, indem du den Boomerang-YouTube-Channel abonnierst!